Musik 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 Ich habe die Ehre, stelle ich meinen Namen Wir produzieren gerade eine neue ECD Die dritte mittlerweile Und die macht uns besonders viel Freude, weil es absolut in die positive Richtung geht, taugt uns voll Und ich würde mich wirklich jetzt einmal um Hilfe bitten Dass wir das Projekt auch so wirklich realisieren können, wie wir es vorhaben, damit wir euch und uns eine Freude machen Mit unseren Musen Musik 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 Bei so einer Produktion entstehen natürlich enorme Kosten wenn man es gut machen will und wir wollen es gut machen Darum schauen wir auch, dass wir in gute Studios arbeiten können, ganz egal, zum Aufnehmen, zum Mischen, zum Mastern Und ein Video wollen wir euch auch redenzen Da haben wir auch schon wieder saugeile Ideen dafür Und auch, glaube ich, eine supergeile Nummer dafür ausgesucht Und ja, der eine oder einer wird schon wieder schmanzeln, wenn er das Video dann sieht Ja, ihr wisst ja eigentlich, wie das funktioniert mit dem Crowdfund... Wie? Crowdfunding Und es ist nicht so, dass es um sich das geht Es geht von einem Download über CD, handsignierte CD mit T-Shirts oder bis zum privaten Wohnzimmerkonzert Könnt ihr eigentlich alles sich haben Je nachdem, was es euch wert ist Ja, wir würden uns freuen, wenn wir uns da voll unterstützen würden Weil es für uns gut ist Für unsere Seele gut ist Aber auch für euch eine Ohren, weil es einfach Wir haben auch eine saugeile CD mit I mean Crowdfunding Crowdfunding... Founding? Funding Funding